U-Tippt. Dorn wieder? Naja, je nachdem wie der Bus fliegt, weil du musst ja dort machen. Wenn ich wüsste welcher Sender, aber ja. Die sind auf dem Boden, auf einer grünen Fläche. Die werden so wie eine Holografik angezeigt. Warte, ich weiß wie die aussehen. Ich habe zwei von drei aktiviert. Ich weiß noch nicht, wer hier der letzte ist, der mir fehlt. Mach mal Auftrag verfolgen. Dann werden wir alle drei angezeigt. Das hilft mir nicht. Dann landet jeder bei ihm. Ist doch scheißegal. Und beim dritten treffen wir uns dann. Wen mach ich überhaupt Auftrag verfolgen. Das ist doch bei Widerstand, oder? Ja. Gehst du auf die Map und dann steht unten... Hab schon. Gut. Da werden ja die drei ja angezeigt. Auch jetzt, wenn wir gleich auf die Map gehen. Siehst du die? Ne. Aber ich kann ungefähr ahnen, wo die sind. Weil ich habe das ja zum Anfang schon gemacht. Äh... Kilo hat sich geantwortet. Na, bist du schon aufgeregt? Ähm... Geht so. So... Der... Flutter... Schiss... Ist... Schon... Raus. Nimmt halt. Ja... Es sind zwei Stunden geht es ja los. Es kam nur nach einer Drache zurück. Alles klar. Da kam nur ein lachender Drache zurück. Ich sehe die nicht auf der Map. Wow. Lala... Ich weiß, dass da einer ist. Da einer ist. Und da müsste einer sein. Dann... Lande du da. Ich lande da. 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 Uh... Unter mir fliegt auf jeden Fall einer. Wurde weiter nur die Lord. Aber noch etwas führt. 2 Bl Ja, von dem, der mir dieses Dings weggeklaut hat. Okay, bei mir ist kein Sender zu aktivieren. Ich weiß auch nicht, ob du das machen kannst. Ich weiß nur, ich bin am Arsch. Rein theoretisch muss das gehen. Boah, ey. Ohohoho. Panzer. Dann weg da. Ich muss erstmal Schildis nehmen hier. Boah, mir wird drauf geschossen, schön. Ich habe keine verdammte Waffe. Außer jetzt mit einem traues Salven, Alter, ernsthaft. Waffen kann ich mich gar nicht so beklagen, das geht. Aber der Panzer ist halt... Nicht schön. Oh, Mann. Geil, Automat. Was weiß ich bei dem? Oh. Da unten bist du. Oh, geil. Der war nicht schlecht. Das ist eine Aufrüststärkung. Da bringt mir nichts. Ich gebe für eine graue King Geld aus. Aufs Raumschiff fliegen auf jeden Fall welche hoch. Und hinter mir wurde einer wiederbelebt. Das ist ziemlich genau bei mir. Ich war gerade hinter dir. Ich muss erst einmal weg und ich brauche Waffen. Es geht nicht anders. Ich habe scheiß Salve Grau. Das kannst du mir erzählen. Würde ich sogar lieber nehmen als das Infrarot-Gewerr, was ich habe in Blau. Ey, das Infrarot ist geil. Damit kannst du in den Gebüschen die Leute sehen. Ja, klar ist das geil für bestimmte Situationen. Aber ich finde mir... Ich komme mit dem Salve halt am besten klar. Weil wenn ich treffe, dann treffe ich gleich dreimal. Äh, da drüben. Oh, da ist noch eine Tanke. Da ist noch eine Tanke. Und die ist sogar mitten in der Zone. Oh, ist das geil. Ich werde dazu mal ein Loch gehen. Wenn das die Tanke ist. Äh, das ist die Tanke. Wird aber auch irgendwo geschossen. Ja, in der Stadt. Wo wir erst waren. Nee, rechts in der Wüste, meine ich. Wird geschossen. Zu mir kommen welche. Nice. Komm mal. Da hast du auf jeden Fall einen Spieler in der Tanke drinne. Ja. Hat einen Hit. Hat noch einen Hit. Noch einen. Fert weg. Fert weg. Fert weg, jup. Ist der sonst noch ein Gegner? Ich habe ja gerade den Fisch genommen. Nee. Okay, hier habe ich schon alles gemacht. Ganz kurz. Das dahin. Das dahin. Hier ist eine blaue MK. Da macht auch was draus. Drei Kills mindestens. Ey, die Klappe, als ob du so gut bist. Hat ja damit nichts zu tun. Nein. Kann ich das graue Scheiß-Ding hier wegwerfen, ey. So. Ja, der hat hier drin alles weggerootet. Na, ich bin voll. Na, nehmen wir uns den Fisch hier mal noch ins Visier. So. Aber kein so ein Barrikaden-Kuhfängerschild hier. Oh, cool. Da habe ich schon mal Gas. Das kann man was tun. Nein, ich war hier drin, alter. Die Minis nehme ich noch mit. Ah. Was bist du da oben? Eine Aufgabe erledigen. Blühwürmchen sammeln. Ich will unbedingt noch zu meinem Loch eigentlich. Das ist in die Richtung. Oder? Nee. Ja, irgendwo. Fahr doch mit Auto hin. Ich wollte das nicht gerade mit viel Aufmerksamkeit machen. Ich muss doch sowieso noch Bäume kaputt machen. Da wird geschossen, da kommt ein Panzer, Alk. Also mach nicht zu viel Lärm. Ja, da kommt ein Panzer. Ich weiß nicht von wo. Äh, irgendwo da. Äh, hier kommt ein LKW. Ja, hier. Jako. Die schießen auf mich. Steig ein! Du kannst aus dem Auto rausschießen! Halt schon die Sichtseite! Wow! Fahr weg, ich laufe! Naja, Auto ist down! Ich korrigere, ich bin down! Ey, was ist gerade los hier? Scheiße, ich dachte ich könnte die abfackeln! Du hast mich abgefackelt, aber danke! Ich habe aber auch auf die geschossen die ganze Zeit! Aber du musst eine Aufgabe erledigen! Ich habe den Grühwürmchen! Ja! Keine Aufgabe erledigt! Nimm doch die eine zählt auch für dich, oder? Das war ja deine Aufgabe! Ja, aber da kriegst du auch 1.000 IPV! Ja, aber 1.000 sind bei mir ein Witz mittlerweile! Ich brauche halt noch 29.000 fürs nächste Level! Ich brauche noch 15.000 noch! Ok, ich bin heute bei Kedo alleine im Stream! Der zweite Typ hat abgesagt! Der ist krank! Der ist krank! Der ist krank! Der ist krank! Ich habe mir auch mal gefallen, ob ich Bock auf ein bestimmtes Game habe! Okay, Tore via Fortnite! Hahaha Was ist mir geschrien? Ach nee Ich habe geschrien, eigentlich nicht! Tor! Doppeltor! Ah! Drei-fach-Tor! Yeah! Haha! Das mit T-Test kannst du vergessen, das war überhaupt noch nicht. Wohin? Äh, warte mal, zocken eher weniger... Süche, ich hab mir jetzt geschrieben, dass ich eher weniger Bock auf zocken hab heute. Äh, irgendwo hin, irgendwo raus! Lass da hingehen! Zu den Ruinen der... Schieß mich tot! Keine Ahnung, was das sind. In... äh, Inker... Hätte ich jetzt gesagt. Imker? Inker! Inker! Mit N! Nicht die, die... äh, was Leckeres machen. Einer landet hier mindestens noch. Oh, scheiße! Krat wird gerade angehabt. Oh geil! Vielleicht noch auch? Ja, gar nicht mehr. Noch mehr Auge! Willst du mich veräppeln? Oh, epische Kiste! Äh, wow! Wow! Wieder Raketenwerfer! Nicht echt jedes Mal vergessen mich zu bedanken bei dem scheiß Busfahrer. Das ist schon so häufig passiert. Oh! Ein grüner Auge! Echt jetzt? Das mit dem Bedanken, das mach ich halt immer gleich direkt am Anfang. Hier ist eine grüne Pistl... äh, eine blaue. Ansonsten ist hier nichts weiter. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh! Oh! Darko, du hast gesehen, wo wir hin müssen, ja? Oh je, da war noch keine MP, und ohne MP hab ich in grün. Ja, die brauch, hab jetzt auch eine. Wollt grad sagen, die brauchst du selbst. Na gut, dann. Das wollen wir mal. Das ist nicht mit dem fucking Bunsenbrenner. Alter, diese Reparaturdinger, ne? Da braucht kein Mensch. Auto holen, oder? Laufen. Auto wär schon geil. Okay, hier, wo ich bin, waren auf jeden Fall schon welche. Vielleicht von dir wird geschossen? Ja. Aber das ist noch ein ganzes Stück hinter uns. Kann man auch in die Briefkästen gucken? Ne, schade. Äh, das hat kein Auto, sonst sind wir auch hier wie Sand am Meer Autos. Da ist ein Truck. Ja, bringt mir nicht viel, ich brauch ja Dings dran. Ach so. So ein Stoßteilgerät. Boah, das will ich nicht mit der Pump, Alter, die ist freudig. Die will ich nicht. Welche? Farbe? Grün. Na, schade. Und blaue normale würde ich auch gerne nehmen. Ja, ich würde auch gerne eine Pump haben. Also, pff. Ja, du bist halt ziemlich wählerisch. Ich habe heute auch nur eine grüne Sticknummer. Ich habe eine grüne MK, lila Raketenwerfer und ein grünes Kampfmaschinenpistolen, Gewehr, Gedöns. Also, alles nur Kackwaffen, wenn man es so nennt. Bis auch das MK, natürlich. Liegt im Auge des Betrachters. Oh, grüne, automatische Pump. Jo, gönn wir. Da ist schon wieder so ein Reparaturteil. Hast du mich verarschen? Ah, hier ist was für dich. Was soll ich mit dem Fisch? Essen? Dann denken wir nur diese scheiß Sicht. Das ist nicht mal für lange. Da ist noch eine Kiste. Da wäre eine Kiste noch. Ja, komm mal hin. Spieler. Einer. Da ist auch noch einer auf dem Dach. Der kommt da nicht hoch. Okay. Okay, ich halte. Ja, von hinten. Von oben. Oder nee, von unten. Nee, nee, von der Stadt. Er ist ein Bot. Es ist ein Bot. Es ist ein Bot. Hat uns jetzt halt nen Vorteil gekostet. Egal. Auto. Vier. Oh, Level. Was soll das bleiben? Okay, da kommt einer runter. Pass auf. Der ist ganz wieder hoch. Der hat die Fahnen hoch und runter. Die wechseln immer ab. Was? Die haben sich da gerade abgewechselt und hoch und runter fahren. Das waren zwei Spieler. Wir könnten halt da hoch gehen. Tatsächlich, ne? Genau. Und die kämpfen, oder wie? Da hinten rennt einer rum. Nee, wir können die von hinten wegsnacken. Und hier ist natürlich so ein Schild, Alter. Willst du mich verarschen? Pass auf, die rennen hier rum. Ich hör's. Wenn die hier gelootet haben, haben die definitiv bessere Waffen als wir. Sind die runter jetzt? Wer schießt? Ich. Ich hab ihn gehittet. Die im Sturm sind. Ihr im Schiff? Äh, oben. Ja, oben drauf. Beide, ich komm von der anderen Seite. Attackt. Da oben drauf sind's. Pass auf, es ist einer. Nächste zwei. Der eine hat kein Schild mehr. Beide, kein Schild mehr. Gerade nach. Einer ist genockt. Der geht in die Rakete. Hier ist noch ein Spieler. Ein Einzelspieler. Der nach unten abhaut. Zwei Spieler. Ich hab's mitbekommen. Wow. Alter. Massenparty. Ich bin down. Alter. Ja, mit einer goldenen Hand, ey. Ich mit einer grauen. Da oben waren einfach zwei oder drei Teams mit uns. Also mit uns dann drei oder vier. Holy shit, ey. Holy shit, ey. Rockstar dance until I drop. My life is just hard in my holistic love. My stage is the dance, your body never stops.